Viele unserer Kunden schauen sich nach einem Erstgespräch mit uns nochmals ihre Unfälle und beinahe Unfälle der letzten Monate an. Dabei stellen sie sich die Frage nach der ursprünglichen Quelle und den Ursachen der Ereignisse, die sich gegebenenfalls auf den Faktor Mensch beziehen. Sie gehen dabei nicht noch mal ins Detail, vielmehr stellen sie sich drei Fragen bezüglich des Unfallhergangs und erweitern damit ihre bestehende Unfallanalyse. Erstens, hat sich der Unfall aufgrund einer Fehlfunktion eines Equipments ereignet oder liegt der Grund im Fehlverhalten einer dritten oder der verunfallten Person selbst? Zweitens, in welchem emotional oder physischen Zustand hat sich der oder die Verunfallte womöglich befunden? War er oder sie hektisch, frustriert, müde und oder hat sich die Person vielleicht selbst überschätzt? Und drittens, ist der verunfallten Person vielleicht ein kritischer Fehler im Moment selbst des Unfalls unterlaufen? Zum Beispiel, hatte er oder sie die Augen oder den Kopf nicht bei der Sache? Prüfen Sie Ihre Unfälle und beinahe Unfälle von 2019 in einer freien Stunde einmal auf diese drei Fragen hin. Sie werden überrascht sein, wie viele ihrer Ereignisse gar nicht passiert sind, weil jemand eine gefährliche oder schwierige Tätigkeit durchgeführt hat, sondern weil einer oder eine Kombination der vier Zustände und kritischen Fehler im Spiel waren. Wenn Sie möchten, verwenden Sie dazu unser Tool, das wir Ihnen gerne kostenfrei zur Verfügung stellen. Aber werden von uns keinerlei Daten über Ihre Analyse erhoben, Ihre Angaben bleiben absolut anonym und bei Ihnen im Unternehmen. Um das Tool zu erhalten, senden Sie uns einfach eine Mail an kontakt at ssi.safestart.com. Wir freuen uns, wenn Sie mehr Klarheit über Ihre Unfälle und Beinahe Unfälle mit Hilfe dieser Übung erhalten.